Der ist Tempo jetzt, eben weil das einigermaßen wild ist. Ammonier muss da abbrechen. Und da ist natürlich Probleme. Er ist ein proper Evertonian, der absolut liebt zu spielen und re-re-re-re-re-re-re-sales mit Pigford auf dem Weg. . Went the wrong way. Step over. If you look left, Harry, now, look who that is, Harry. Good team, man. Das war. . 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 Das ist ein Wäick! Das ist ein Wäick! Das ist ein Wäick! Herr L носit ilateral god Gl travaille Diabone dintre L ven nose Change No N Paya D Minge Going Run Val paper anna Winter Dom Matte De Mattei Er ist nicht der Ball, Harry und Owen. Der Ball ist weg. Obwohl, der Kiel kann nicht sein, dann kann er nicht erledigen. A mistake from Holt, Tillmann, playing through, round the goalkeeper, and can finish. And Partick Thistle are absolutely furious, but Malik Tillmann has put Rangers 2-1 up. Furious seems at Ibrox Stadium. Interesting formation from Partick Thistle at the kick-off here. It looks like they're going to go for a scrum. The rugby was yesterday. There you go. Well, here goes Tiffany. He's going to run through on Alan McGregor, unchallenged. Elgin prepare for Tanpa and the Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020